Hallo, hier ist wieder euer RisingCellRP, zurück bei Let's Play The Legend of Settler Ocarina of Time. Und bevor ich jetzt zum Schloss gehen werde, werde ich erstmal hier noch reingucken. Okay, ist noch nichts los. Ist nämlich der Maskenhändler, da können wir später Masken ausleihen und wir werden die an die Leute bringen. Schloss Hyrule. Und da ist jetzt schon wieder die Stalker-Eule, deswegen die weggestalkt. Oh, ne Witz. Lenk hier entlang. Dreh deinen Kopf richtig. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Was sagst du denn da? Doch hüte dich vor dem Wachen, sie dürfen dich nicht sehen. Ja, genau. Geh nun. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Ich besitze einfach nur den B-Knopf, mit dem ich einfach vorspulen kann. Erschwende. Dummer Stalker. Und jetzt ist es nämlich Nacht. Und ich komme einen weiteren Golden Skulltourer. Bam. So, und die Golden Skulltourers werden auch im Milialen Steppe auch, glaube ich, sein. Und es kommt auch auf Tag- und Nachtzeit an. Und 100 Skulltourers sind es an der Zahl. Und ich überlege jetzt schon ein Special, ein 100 Skulltourers Special, sage ich mal, zu machen. Nämlich die ganzen Fundorte der Goldenen Skulltourers zeige. So, ja, jetzt müssen wir uns einmal von einer Wache erwischen lassen. Hm. Ja, sie meint uns nicht zu sehen hier. Guten Tag. Herr Kleiner. Halt, stell mir mit deinem Skulltourers! So, und diese schöne Stimme gehört... Na, wem wohl? Ja da! Die haben wir gerade eben auch auf dem, ähm, Platz gesehen. Wow, deine Kleidung! Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von mir zu sein, oder? Woher? Kommst du? Oh, du bist ein Fehljunge aus dem Wald? Ich bin Marlon. Und meinem Vater gehört die London Range. Vater ist zum Schloss zurückgegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. So, diese müssen wir ein paar Mal ansprechen, ja? Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen, würdest du dort meinen Vater wecken? Suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Hi! Ein seltsames Ei! Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja, und dieses Ei wird im Morgengrauen schlüpfen. Deswegen ist es gut, dass ich hier am Abend angekommen bin. So. Davon müssen wir halt diesen Vater wecken. Diese Melodie werden wir auch noch später lernen. So, jetzt dürfen wir uns nicht mehr vom Wachenden erwischen lassen. So, was ist eine Idiotenwache da? So, auf unserem Weg hier zum Vater da hinten wird sich auch wieder Tag und das Ei wird gleich schlüpfen. Wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geklöpft. Ich habe auch ziemlich viel ausgebrütet jetzt. Wow. So, indem er den B-Knopf immer mehr drückt. Äh, schwimmt Link übrigens schneller. So, und da pennt der Vater. Oh, wir müssen ihn wecken. Ah, was zum Teufel! Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Wer hat er, die bist gerade eben zu. Hallo, wer bist du? Also, ich bin Talon, Besitzer der London Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Woh? Maler sucht nach mir. Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh, heuer. Das läuft nicht gut. Also, er bekommt von seiner eigenen Tochter anscheinend Schläge. So, und mit dieser Milch können wir jetzt einen schönen Weg da hinten hin rüberbauen. Nacktschoden. Nacktschoden. So, und das Huhn ist jetzt auch nutzlos geworden. Ach ja. Lalalalalala. Bumm. So, und jetzt müssen wir die andere Kiste noch da draufstellen. Bei Traktion machen. Geil. Ach ja. Kisten schieben ist langweilig. So, und da seht ihr schon das Loch, durch das wir durchkriechen können gleich. Schade, es wird komisch, dass wir jetzt die Kiste nicht weiter ins Wasser schieben können. Röchen. Aktion. So, und jetzt heißt es schleichen. Burkhof. Wir müssen uns ja an diesen Wachen vorbei, äh, schleichen. Da das ja Idioten machen sind, merken wir, äh, die, die haben zwar eine super Sicht anscheinend, obwohl das auch nicht eine, gerade eben auch. Die war voll für ein Arsch, die war kurzsichtiger oder was weiß ich, ey. Äh, aber die hören uns nicht. Das ist das Lustige. Badam, 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 badam. Badam, 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 badam. Die ist eine knifflige Stelle hier. Die eine Wache bewegt sich nämlich schnell und die andere langsam. Ja, okay, ne, das war dann doch woanders. Warte, hier ist auch schon ziemlich knifflig. So, komm, krieg ich mich da jetzt gleich irgendwie vorbeigeschlichen. So, guck nochmal weg. Jetzt. Und tschüss. Dann ist es auch für uns das gewesen. So, und das war die letzte Passage. Und auf zu Prinzessin. Oh Gott, jetzt kommt eine Stimme für Zelda. Hilfe. So, das ist die junge Dame, die wir auf dem Pferd gesehen haben. Hallo? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Das ist irgendwie so eine kleine Psychosprache hier gerade. Oh, was ist das? Das ist... Eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den Heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen funkelnden grünen Stein? Sicherblick. Nun, hast du ihn dabei? Wie ich bedachte. Ich hatte einen Traum, darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Licht diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz heilig erstrahlte in seinen Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus dem Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich hab mich ein bisschen mitteilen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht stammensgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas... Link! Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Okay. Dies ist die Legende. Mal wieder eine Story jetzt hier. Boah. Das Dreyfoss vereint die Kraft in den drei Götternen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Dreyfoss hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niedriger Gesinnung erfüllt, so Verschläge das Böse verschlinge, das Böse die Wut. Daher errichteten die Weißen die Zitadelle der Zeit, um das Dreyfoss für böse Mächte zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinene Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man bräuchte die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamil von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja, wir sind nicht noch mal vorlesen. Großartig, das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Einige Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, gib her, komm. Zieh mal einer an, wenn da ist dunklen Wolken. Siehst du den Mann dort, den mit dem bösen Blick? Das ist Karondorf, Anführer der Gerodos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen. Doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinem Träumen einhüllten, sie müssten diesen Mann symbolisiert haben. Mö. Kodils Fresse, ey. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Doch noch nicht. Ich weiß. Wer ist es? Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum... Hilfe, meine Prophezeiung war... Doch, ich glaub mir, ich spüre diese Aura des bösen Mannes oder so. Karondorf hat es auf nichts anderes als das Treuphos des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die Einzigen, die kann uns aus Plänen durchkreuzen können. Ich kann euch nicht mehr. Bitte! Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Ich kann nicht seriös bleiben hier. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Karondorf in den Besitz des Treuphos gelingt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe wird sein, die verbleibenden Heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Treuphos suchen und mit dieser Kraft Karondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, dass du ihn gebrauchen könntest. Egal. Ja, das ist Zeldas Brief! Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. So, nachdem ich jetzt diesen hier erhalten habe, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann werden wir ein schönes Lied mit unserer Ocarina lernen. Bis dahin, euer RisingSoul LP.